Peter, tu es nicht! Es heißt, wenn du dieses Video ansiehst, musst du sterben! Ach, das ist totaler Schwachsinn! Rap-Rhyme, style ich fresh-rhyme, bin ich am Mic daheim. Die Styles fließen wie von allein, Stift und Blatt. Und ein wenig nachdenken, klar will ich auch lenken, aber alles zum Guten wenden. Ist mein Vorsatz, ich reime auf den Vorsatz, wie ein neuer, ein guter Vorsatz. Ich steig im Po-Jep. Alter, der ist immer krank. Also, wenn man den hört, ne? Es war einmal ein weißer Mann, der sagte folgende Worte. Meine Lieder werden gepumpt im Sommer, deine gar nicht, denn es ist jetzt nicht mal Punkt und Komma. Das kam von meinem Kollegen Romantik. Danke für diese Worte. Und hier geht es natürlich auch ganz romantisch weiter gegen Scheißen, Jünger. Dieser Scheißen hat keine Optik, das ist der Typ, der seit Tagen meinen Kopf fängt. Ohne Würze schmeckt er wie Mager, Quark und Träume weiter, denn er wär so gern ein Schlagerstar. Dieser Scheißen hat keine Optik, das ist der Typ, der seit Tagen meinen Kopf fängt. Ohne Würze schmeckt er wie Mager, Quark und Träume weiter, denn er wär so gern ein Schlagerstar. Mein Gegner hat zwei Seiten, doch die eine ist voll scheiße und wie soll es anders sein, denn die andere ist das Gleiche. Also geht er über Leichen, wenn er seinen Weg geht. Das Problem, was er dann hat, dass ihn dabei keiner versteht. Neue Zeilen voller Scheiße und natürlich scheißtexel. Denn dein Offbeat-Genuschel ist für mich das allerletzte, denn willst du hier was beweisen? Diebstahl, Kriegsfall, kompensierst mit Reimketten, Dicker ist dein Gliedschwan, also Armin Aladin. Aber Esser steht für Scheiße und du brauchst auch nicht zu lügen, denn ich liefer die Beweise. Raumser steht für Qualität, doch dein Name steht für billig. Willst'n Feature mit deinem Bruder, doch der sagt immer, ich will nicht. Wie glaubst du auf den Namen, hast du einfach hingekackt? Alle rufen, holy shit, klingt doch gar nicht so abstrakt. Ich schreibe Reis, doch leider kann ich's hier nicht sprechen, denn ich hab es mal versucht, doch muss den Dr. Würzer brechen. Dieser Schützen hat keine Optik, nein, er kriegt ein Schatzhitz, einen Dropkick. Dieser Schützen kann diese Welt bewegen, da weiß ich Ritzen, schon fällt der Regen. Und ich sage dir, das ist gar kein Würzburg-Rap, weil in deinen Zeilen einfach keine Würze steckt. Du suchst deine Wurst, weil du die Hand am Arsch hast, geh zum Bratwurststand am Arschplatz. Er kämpfte immer weiter, auch für saubere Toiletten, doch als er sich einmal setzt, da klebt er auch schon die Rosetta. Ausgewühlt von dieser Lager macht er nur noch kleine Parts und nach Beenden seiner Texte war kein Klopapier mehr da. Er beträdigte die Spülung und sofort begann die Flut, ein Tsunami voller Wasser brachte ihn zur Beißglut. Kopfschmerz, Martin Hunkerl ist der Hunker, Joshes Rap. Wenn ich deine Lieder höre, steig ich lieber um auf Trap, denn ich kenne sein Geheimnis, ja er scheiß sogar im Traum. Hat Probleme mit der Wahrheit, hat Probleme zu verdauen, deine Fans sind meiner Meinung, jeder Kommi spricht für sich. Kein Takt, Einsatz, doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Alles abgehackt, sag mal, was soll diese Scheiße, doch er stellt sich lieber dumm, weil er was du nicht nicht begreife. Lass es dann am Ende klingen, als ob er aus dem Arsch aufrefft. Digga, geh mal weiter üben, mach den Feature mit ihrem Safe. Dieser Scheiße hat keine Optik, das ist der Typ, der seit Tagen meinen Kopf fängt. Ohne Würze schmeckt er wie Mager, Quark und Räumen weiter, denn er wär so gern ein Schlager sein. Dieser Scheiße hat keine Optik, das ist der Typ, der seit Tagen meinen Kopf fängt. Ohne Würze schmeckt er wie Mager, Quark und Räumen weiter, denn er wär so gern ein Schlager sein. Hab schon viele Namen gehört, aber yo, wer ist scheiß in Optik? Sowas wird rausgekickt und bekommt gleich ein Dropkick. Du bist ein hässlicher Mensch, klingst komisch abgehackt, wie schon dein Name sagt, optisch abgekackt. Ich schüttel mein Kopf, du bist ein scheißen junger Shit. Jetzt wird der Würzburg auf Flop von einem Schweinfutter gekickt. Yo, keiner will dein Album, denn du bist ja drauf. Wir schicken dich Clown, zurück in deinen Traum. Oh mein Gott, du hast ja fast so viele Fans wie ich. Liegt das am Namen? Ich denke nicht, wie kann man sich denn bitte schützen nennen? Dann nenn ich mich doch lieber Kirsten oder Sydney Sam. Und du behauptest von dir, du bist der flexende Dichter. Was flexst du denn, Nigger? Elektrische Gitter? Oder bist du vielleicht auf der Baustelle der Mac und dichtest beim Flexen einen saufflexenden Text? Dieser Scheißen hat keine Optik, das ist der Typ, der seit Tag in meinen Kopf fängt. Ohne Würze schmeckt er wie Mager, Quark und Räumen weiter, denn er wär so gern ein Schlager sein. Dieser Scheißen hat keine Optik, das ist der Typ, der seit Tag in meinen Kopf fängt. Ohne Würze schmeckt er wie Mager, Quark und Räumen weiter, denn er wär so gern ein Schlager sein. Dieser Scheißen hat keine Optik, das ist der Typ, der seit Tag in meinen Kopf fängt. Ohne Würze schmeckt er wie Mager, Quark und Räumen weiter, denn er wär so gern ein Schlager sein. Dieser Scheißen hat keine Optik, das ist der Typ, der seit Tag in meinen Kopf fängt. Ohne Würze schmeckt er wie Mager, Quark und Räumen weiter, denn er wär so gern ein Schlager sein. Bis zum nächsten Mal.